So, willkommen zurück zum nächsten Teil von Let's Play Agents of Mayhem. Ich guck mal kurz. Ja, der Akku ist voll. Dann können wir das hier abziehen, hier das Kabel. So, weil ohne ist wohl doch schöner. Dann machen wir mal weiter. Team. Äh, statt Daisy, nee, warte mal, statt Hollywood, warte mal, drei Verbesserungen. Ja, der Akku ist voll. Ja, der Akku ist voll. So, Team bearbeiten, genau. Ich will nämlich statt Hollywood hätte ich gerne Redog. Die muss nämlich ein bisschen hochgelevelt werden. Ach, das hat ein Weiberteam. Zählt mir jetzt erst auf. Na egal. Ein Mädelsteam. So, Karte. Ey, die hatten wir doch. Wie oft fährt man die Dinger denn noch? Jo, und würde ich sagen, sind sie verschwunden, aber da oben? Wo muss ich denn? Da. Oh. Citizen, please continue on in normal fashion. You assholes already dead! Right. Boom! Why don't you give it a try? Many like this on the road. Okay, it's a different car. Not to worry. Now be right here. Let us go! Let's go! Okay. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Okay, so it's easy. Don't worry, the damage is... minor. Das ist ja in. 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 Danke. Okay. Das ist ja in. 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 Genau, das wird's auch sein. Was für jemanden, um ein Teil der Mayhem zu sein, ist unprofessional. Das sind wir, wir suchen einen neuen Geschäftsführer. Zeit um sich um zu schauen. Legion Assets. Ich bin hier und bereit für Aktion. Run lower on that asshole! Don't you run from there! Ich bin hier. 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 Nee. Ach, hier unten. Unauthorized access in progress. Achso, hier muss ich auch hin. Das ist ja praktisch. Ja, danke. Schieß mich doch innerhalb von zwei Sekunden gleich komplett weg. Töten sie alle Feinde. Oh, well shit. Das sieht nur... ...maßlich schrecklich. Electric Arc defenses have been destroyed. Caution! Floor mines activated. We're, uh, not evil, yeah. Schnaaaack! Wuhh! 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 So, und? Wo haben wir noch was? Irgendwo da unten. Wuhh! 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 Gah! Hord advance Fehlten sie alle Feinde, immer noch So, dann ist der hier garantiert auch eine Treppe runter oder so Danke Okay Gah! Gah! So, treten sie den nächsten Raum Guck! 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 Scheiße! Nee, ich soll nach oben Das war schon richtig Mann, was war denn das jetzt? Guck! 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 Ja. 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 All turrets have been activated. Haha, good. Danger! What? We can come back tomorrow? Ahh! Ahhh! Ahh! Du, du fühlst das? Du, du fühlst das? Critical Systems, failing. This is your end! This is your end! Under fire! This is your end! Okay, die springen. So, wo jetzt? Catastrophic failure detected. Please evacuate the base. No. Protect the exit. Mayhem is trying to leave the base. If any Mayhem leave the base, those responsible will be punished. No. You! 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 oder nicht? Ja. Schon so. Aktivität abgeschlossen. Neuer Bauplan. Schockier und glorreich. Neuer Bauplan. Am Arsch. Und Expresspass. Gut, dann sagen wir mal im nächsten Video weiter. Bis gleich.